Für die Anzahl der Arbeitsschritte, die Sie in Illustrator rückgängig machen können, gibt es leider keine Voreinstellung. Aber was heißt leider? Vielleicht auch Gott sei Dank. Denn die Anzahl der Arbeitsschritte, die Sie rückgängig machen können, ist abhängig vom Speicher des jeweiligen Gerätes, mit dem Sie arbeiten. Theoretisch können Sie unendlich viele Arbeitsschritte rückgängig machen, sofern eine entsprechend große temporäre Datei auf der Festplatte gespeichert werden kann. Ich habe in dieser Datei, obwohl sie noch nie gespeichert wurde, eine Menge Dinge erzeugt und wieder gelöscht. Hier kann ich jetzt unten, an der Stelle, wo noch nie gespeichert steht, einmal umschalten und mir einblenden lassen, wie viele Schritte ich jetzt noch rückgängig machen kann. Im Moment 19 Stück. Wenn ich jetzt mal anfange, Arbeitsschritte rückgängig zu machen, STRG-Z ist das Tastenkürzel, dann kann ich sehen, wie sich das da unten entsprechend verändert. Und ich kann dann auch sehen, dass ich auch in die andere Richtung gehen kann. Über Wiederholen hier, das Ganze auch in die andere Richtung wieder zurückdrehen kann. STRG-SHIFT-Z ist das Tastenkürzel. So lange, bis es eben nicht mehr geht. Falls Sie diese Kontrolle gut finden, können Sie diese Einstellung hier einfach so lassen an der Stelle.